Musik Urlaubszeit, Reisezeit. Auch der Landstreicher hat sich dieses Mal aufgemacht, mal raus aus dem Erzgebirge, rein nach Österreich, genauer gesagt ins Lammertal, noch genauer gesagt nach Annaberg. Wir laden Sie ein, mit uns durchs Lammertal zu ziehen. Kommen Sie einfach mit, das wird eine feine Sache. Beim Radfahren hat man die beste Gelegenheit, Land und Leute hautnah kennenzulernen und zu erleben. Wir laden Sie ein, mit uns eine Region Österreichs zu erkunden, die etwas abseits der großen Tourismusgebiete liegt. Dadurch, oder gerade deswegen, aber nicht minder reizvoll ist, das Lammertal im Salzburger Land. Kriest, die Stadt Glückauf, heißt es im hiesigen Annaberg. Im Lammertaler Annaberg, eines von dreien in Österreich, kann man abseits des Ferienrummes das Gefühl der absoluten Freiheit und Ruhe genießen. Ich bin der Georg, der Wirt vom Dolomitenhof und wir machen jetzt gemeinsam eine Wanderung in die Salzburger Dolomiten auf die Alm. Und da gibt es eine Sause? Nein, nicht eine Sause, eine Jause. Und jetzt gehen wir los. Gehen wir. Da rauf gehen wir jetzt, auf die Stuhlalm. Da sehen wir die Hütte von hier schon? Die Hütte sehen wir, ja. Ja, da oben, da müssen wir hin. Gute zwei Stunden, dann sind wir oben. Fein, packen wir es. Es geht ja ganz schön steil nach oben, ab und zu mal ein kleines Stück, aber dann geht es wieder relativ flach, also es ist für Familien auch machbar. Ja, ohne größere Probleme. Mit Kinderwagen nicht unbedingt zu empfehlen, aber ansonsten ist es kein Problem. Jetzt sind wir fast oben angekommen, jetzt sind wir wo? Jetzt sind wir auf der Stuhlalm, die ist auf 1460 Meter Seehöhe und haben die Bischofsmütze den Hausberg vom Gosaukamm genau vor uns. Wie lange gibt es die Hütten-Saison? Mitte Mai fangen wir an und Ende Oktober, je nachdem wie die Witterung ist, hören wir auf. Was ist das meistbestellteste Jausenbrettl oder die meistbestellteste Jause hier? Kaiserschmarrn. Also ganz eindeutig Kaiserschmarrn. Die Leute kommen aus dem Tal rauf. Kaiserschmarrn zu essen, weil es einfach so gut ist. Ja, die ohrige Musik, die haben wir ja schon gehört. Für mich wäre das einfach eine Ziehharmonika. Bei euch heißt das Zierch? Die Zierch, ja, das ist eine steirische Zierch. Eine diadonische Harmonika. Da sitzen noch mehr Leute mit am Tisch, hier wird dann noch gesungen, oder? Ja, ich bin ein trauriger Bub, geleierter Herzmutter zu. Ja, ich bin ein Trauriger als ich, da muss ich, da muss ich ja schon gehört. Ja, wir haben jetzt das große Glück, dass wir wirklich Leute aus Sachsen getroffen haben. Es gibt ja einen Annaberg in Sachsen und es gibt auch einen Annaberg im Lammertal. Und das haben wir heute schon vorgestellt. Haben Sie gewusst, dass es hier auch einen Annaberg gibt? Ja, haben wir gewusst. Sie machen schon ein bisschen länger Urlaub hier? Ja, wir sind seit 1991 regelmäßig hier. Viel sehen und die Natur genießen. Das ist das Hauptziel unseres Urlaubs. Das ist das Hauptziel. Das ist das Hauptziel. Da sind wir. Du hast die Treppertür im Schlaf gemacht. Schlafen Sie gut. Schlafen Sie nicht zu laut und retten Sie die Tür bitte nicht. Und die Mäuse. Und die Mäuse. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.